Olle, 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 hier kommen Zombies und mein Bruder ist weg, scheiße, ja kacke man, tödlö, ihr Arschkrampen, ach man nein, oooohh, ach, ich hasse es selbst mit Attentäter, tja, so kann es gehen, stopp der Drummergott, da war man doch, ey, hier geht es lang, Tja, scheiße. Oh, die sind ja noch ganz dahinten, man, da ist ja meine Werkbank irgendwie, die ist ja auch noch, oh man, das ist mir so langsam, so langweilig, boah, ist ja erst Mitternacht. Na gut, wo, oder 31. Die Dreckscreeper. Tja, da muss ich mal gucken. Also ich glaube mal, dass die Scheiße da noch rumliegt, aber naja. Ob die Creeper den ganzen Quaggles weggesprengt haben? Oh, scheiße, man, da war wirklich alles dabei. Warte mal, wenn der Scheiße jetzt weg ist, dann kriegen wir auch gar keine Septionsmüge. Ne doch, gut, hier muss man abbauen, aber... Ich hab' keinen Bock, die Scheiße jetzt zu verlieren. Sind die Creeper noch da? Bitte nicht. Selbstmordanteiler. Sorry. Hm, anscheinend nicht, gell? Oh, das ist ja gut. Oh, das geht jetzt irgendwo auf dem Boden rum oder so. Nicht mehr schreißen. Man, ich seh' das ja gar nicht. Das ist ja richtig kacke. Ist ja voll vor kackele, Fakt. Ah, hier muss man XP. Oh, scheiße. Komm, tauch hoch. Aua. Hier ist nochmal ein Zeug. Na, da kriegen wir's doch noch. Jetzt liegt hier rum. Haben wir ein paar Sepplings. Ah, hier ist mein Ofen. Wow, was haben die denn hier gemacht? Und hier... Nein, du Kackpratze. Du jetzt nicht. Hab' ich jetzt keinen Bock drauf auf deine Mutter. Komm, geh weg. Hier ist noch was. Na, achst du was? Boah, den muss jetzt nochmal richtig... Nein, ich will nicht... Jetzt nicht... Ich will dir jetzt... Entschuldige mich für diese... Für diese unhygienischen Austräge dieser Zombies. Aber so sind sie nun mal. Da kann ich leider nichts dran ändern. Die Zombies haben halt... Ja, genau. Das geschieht ihr recht. Komm, gleich noch ein Obstifel. Hier, ich helfe mich nicht. Nein. Ich hab' so was nicht. Na, geht doch. Danke für dein... Fleisch oder... Ja. Für dein... sein verdammeltes Essen. Für dein Kut, was du uns hinterlassen hast. Moment mal, sind meine ganzen Holzdinger alles weg. Ja, meine Birkenbaumstämme sind weg. Aber das ist mir jetzt auch wurscht. Ich erfüllen sie ja nicht. Ach! Erde? Ach man... Jetzt verweck ich vielleicht wieder. Öh. 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 Scheiße. Komm, geh nach oben. Hol Luft. Arschloch. Ja, die müssen doch niemals sein, meine Birken... meine Birken im Baуб samma. Wir haben's die hyperkacken, fuckt. Ah, schau... Nein. Nein! 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 Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. Mann, das kotzt mich an. Jetzt darf ich hier wieder rumlatschen. Ach, komm, Alter. Das ist jetzt kotzen, diese ganze Scheiße. Okay. Gut. Ich hab grad ein Boot gecraftet. Was ist jetzt da woher stehen? Ne, das jetzt nicht stehen. Ich bin jetzt an einem schönen Ort. Mann, Alter. Ich kack gleich in die Klo. Ich glaub's nicht. So. Ja, steigen. Los geht's. Komm, mach hinne. Fahr. Meine Fresse, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Ich spring jetzt einmal rein und hol jetzt irgendwas raus, aber die ganze Scheiße hol ich jetzt immer noch mal raus. Das kotzt mich ja hier an. Geistige Dünnschiss, Mann. Das war das Himmel. Am Ort des Schreckens. Der Scheiße. Hier, verreck. Kackbrot. Dankeschön. So. Wo ist ein... Wo ist mein Verkacklefaktes Zeugchen? Jo. Ganz unten. Jawohl. Und so verlieren wir nach und nach weiter XP. Und ich freu mich drüber. Weil ich ja so toll bin. Und wirklich... Ja, dann... Komm, erst auf gleich nochmal. Ich hab richtig Bock drauf. Nein. Nicht mehr so'n Fies. Hui. So. Gut. Der Rest ist mir jetzt scheißegal. Sonst ist es auf. Ich hab bestimmt ja gleich nochmal, ne. Oder? Wo ist es? Nee, ich lass bleiben, man. Das nervt. Regenerier deine Kackwurst. Und dann ist es gut. Zuckerwurst. Kann ich mich dann eigentlich immer anbauen. Wo wir quatschen müssen. Mit Kackowart. Verderbens. Ich hab mich jetzt eigentlich von meinem Boot kaputt gemacht. Bin ich jetzt eigentlich komplett geisteskrank oder so? Es geht so auch wurscht. Ich hab halt eben gleich noch ne Werkbank. Ich lass mich hier noch rein in den Niveau. Passte denn gut rein. So, hier. Machen wir dann noch wieder kleinen Kack in so ne Werkbank hin und dann ist es gut, oder wie? Gut. So, wieder zurück. Kein Bock mehr auf die ganze Scheiße. Warte mal. Hier muss ich noch ganz kurz was kennzeichnen. Weh, du gehst jetzt kaputt. So, also. Wir müssen jetzt noch ganz kurz was machen. Ich glaub, das reicht schon dafür. Ja. 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 der Selbstmord des Todes. Selbstmord des Todes, des Todes, Moment, Kommen, Selbstmord, 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 Selbstmord des Ersaufens und des Verlorenen. Und der Verlorenen. Bier. Köln. So. Arschloch. Ach man, du Arschloch. Arschloch. Gut. Jetzt können wir heimfahren. Dreckssäcke. Nein, ich will hier kein Schild. Das ist kotzens. Oh, das ist heranzigend. So, egal, jetzt wisst ihr's. Oh der Scheiße. Gehen wir nicht noch einmal hin. Ah, was wir noch vergessen haben. Komm, geh wieder hin. Jetzt bauen wir da noch was hin. Das ist lauter Spaß im Leben. Bleib jetzt da stehen. Egal, juckt mich jetzt auch nicht. Wir haben ja Erde, gell. So. 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 Und hier. So. Und wenn das jetzt hier weg. das kommt weg im Kreisgang weg ja so und hier so und hier und hier ist glaube ich 5 und so und so und so im ist ich an in so Zeit Max wachsen ist scheiße jetzt davon ich habe gesagt dass wir sitzen haben so machen wir das und dann das genau perfekt nein So, hier, hier, das noch weg, das noch weg, das noch weg, das noch weg. Wunderbar, ey, fahr nicht so weit raus, Arschloch, so, jetzt, wenn wir so was von Tolles hingebaut haben, und schützen. Wunderbar. So, das wär's dann auch, glaub ich, schon für diese Folge. Ich zieh mich jetzt hier wieder ganz kurz zurück zu unserer Heimat, ne, die noch keine ist, aber vielleicht in der nächsten Folge wird die dann vielleicht auch eine werden. Ja, ich fahr jetzt auch ganz kurz zurück und dann beende ich hiermit auch meine Aufnahme. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und ich hoffe, dass ich mich nicht allzu lange mit dieser Wurst beschäftigt habe, weil das musste einfach mal sein. Und das Weizen wächst auch bald, ne. Also, wir machen hier langsam gute Fortschritte und kommen auch gut heran. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich pisse jetzt noch ganz kurz auf das Weizenfeld und dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ciao.